Also zur Top-Genetik-Auktion im Rahmen der Schau der Besten der Master-Rind fallen mir drei Sachen eigentlich ein. Erstens, durch die Größe des Master-Rind-Gebiets habe ich eine extrem gute Qualität, hohe Qualität der ausgewählten Tiere. Das Erste. Das Zweite ist, ja es herrscht ein knisterndes Gefühl, wenn das Licht ausgeht, die Tiere kommen rein, die Musik ist an. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre und wenn Tiere dann teuer verkauft werden, ist es einfach spannend. Und das Dritte ist natürlich das Tüchtertreffen am Ende. Man sieht viele Leute, die man das ganze Jahr nicht gesehen hat und die man nur auf der Schau der Besten im Rahmen des Tüchtertreffens sieht und kann tolle Gespräche führen. Vielen Dank.